Sind Männer gelassener als Frauen? Vielleicht eine krasse Frage. Sind Männer gelassener als Frauen? Das bedeutet, dass Frauen oft nicht so gelassen sind. Mal ein paar Gedanken dazu, einfach zum Nachdenken. Oder wie ist das in deinem Eindruck in den Befindlichkeiten? Es gibt für jedes Beispiel, das wir behaupten, ist vielleicht ganz grundsätzlich zu Beginn auch ein Gegenbeispiel. Das heißt, das, was wir sagen, können wir auch mit dem Gegenbeweis widerlegen. Das ist grundsätzlich wichtig, egal ob es sich um Männer und Frauen handelt, um Kinder und Kreise handelt oder um die Sonne und den Mond handelt. Jede Aussage, die wir als Menschen machen, kann eben, das stelle ich immer wieder auch in anderen Audios oder Videos dar, mit dem Gegenteil belegt werden. Oder mit einem gewissen Beleg belegt werden. Oder mit einem gewissen Beweis widerlegt werden. Das ist ganz wichtig. Aber wenn wir generell darüber nachdenken, wie ist das in deinem Leben, wie ist das in deiner Empfindung? Also mir geht es oft so, dass ich Frauen, mit denen ich zum Beispiel näher zusammen bin, also Partnerin, Ehefrau, dass ich die oft nicht als gelassen empfinde. Und das liegt natürlich an vielerlei Möglichkeiten, an der Konflikthaftigkeit, der jeweiligen, der spezifischen Konflikthaftigkeit zum Beispiel. Also dem Zusammenkommen, der Auseinandersetzung. Und ich bin ja so ein großer Vertreter, der sagt, Konflikte sind in unserem Leben nicht vermeidbar. Stellen wir uns also diesen Konflikten. Und das ist vielleicht sogar schon der erste Punkt für das Thema Gelassenheit. Sich den Konflikten zu stellen, bedeutet natürlich, sich auseinanderzusetzen. Auseinandersetzen bedeutet auch, sich durchaus heftiger auseinanderzusetzen oder vielleicht lauter oder eben nachhaltiger im Sinne einer Emotionalität und Affektivität, die man dann an Tagletzten setzt. Denn wenn ich etwas zum Ausdruck bringen will und wenn ich mich für etwas einsetze, dann kann das eben auch sehr stark sein. Ich bringe mal so ein paar Stichworte, die mir einfallen. Männer bevorzugen oft Lösungen, pragmatische Lösungen. Was nicht ausschließt, wie gesagt, dass Frauen das auch tun. Aber Männer sind an Lösungen interessiert. Ich merke das selber bei mir, dass ich auch immer an ganz pragmatischen, einfachen Lösungen, also Lösungen interessiert bin, die auch vollziehbar sind. Also pragmatischen Lösungen interessiert bin. Also meinetwegen jetzt aus der Verhaltenstherapie stammt oder wo auch immer die Lösungen herkommen. Und Lösungen bedeutet, ich möchte mich nicht lange mit einer starken, affektiven Konflikthaftigkeit aufhalten oder mich ständig danach ausrichten und insofern beansprucht und überbeansprucht werden, sondern ich möchte, wenn ich eine Sache eingesehen habe, gerne dazu beitragen, dass ein Kompromiss entsteht und dass Lösungen entstehen. Auf der anderen Seite, Frauen sind oft sehr nachdrücklich nachdrücklich in dem Emotionalen und Affektiven, also Stichwort Keifen oder Nörgeln, das gefällt mir nicht. Und das geht so nicht. Und wenn es jetzt nur ein Klacks ist im Bad oder irgendwelche Dinge, die ja natürlich aufreiben können und die ja nun nämlich nerven können, ist gar keine Frage, aber dann entsteht sehr schnell etwas sehr stark affektiv geladenes. Und bei Männern ist es vielleicht nicht so, weil natürlich Männer auch nachlässiger sind, weil sie vielleicht in gewissen Dingen schlampiger sind. Und wenn man Männer so beobachtet, wenn sie in Gruppen unter Männern umgehen, dann fällt auf, dass dieses Keifen und Nörgeln, diese affektive Konflikthaftigkeit nicht so stark ist, wie vielleicht oft in Gruppen von Frauen, in denen durchaus sehr viel kommuniziert wird, es aber doch wesentlich emotionaler zugeht, emotionaler wirklich im Sinne der Emotionen. Emotion kann positiv, kann negativ sein. und Frauen in der Hinsicht möglicherweise dazu neigen, alles viel gefühlvoller zu betrachten. Viel liebevoller meinetwegen auch viel stärker im Gefühl, also viel stärker dem Gefühl verpflichtet als Geschlecht, als eben das Männer tun. Während Männer eher cool daherkommen, cool daher sich einen Aufsetzen so tun, als ob sie es könnten, wenn sie es vielleicht auch gar nicht können. Oder cool daherkommen oder cool daherreden, oder was man Männern auch oft vorwirft, Schaumschläger sind, die viel reden und tun und machen und sich produzieren und all das, aber vielleicht nicht unbedingt an eine Sache rangehen, aber das eben doch oft in einer Coolheit rüberkommt und damit nicht, also damit in einer Gelassenheit oder relativen Gelassenheit rüberkommt und eben nicht emotional. Männer neigen auch dazu, Dinge auszusitzen und zu sagen, so, da muss ich jetzt nicht rangehen. Die Zeit zeitigt alles. Die Zeit zeitigt alles. Ich muss mich nicht immer gleich involvieren in etwas. Affektiv, ich sitze es aus und das macht die Gelassenheit aus. Ich warte einfach ein paar Tage ab oder Stunden ab oder eben doch eine Zeit ab und schon erledigt sich die Sache von selbst. Und das ist tatsächlich etwas, was wir immer wieder bestätigen können, was auch große Studienlagen bestätigen. Es geht in dem Zusammenhang oft um das Überbewerten. Was ist jetzt wichtig? Was ist wirklich wichtig? Was muss ich verteidigen? Wo muss ich Widerstand leisten? Wo muss ich mich zeigen? Was nehme ich hin? Und dann gibt es vielleicht oft affektive Überbewertungen, die entstehen. Und die entstehen vielleicht öfter bei Frauen. Und da geht es oft auch um Missverständnisse, weil wenn Frauen sich affektiv und emotional äußern, dann bedeutet das keinesfalls, dass sie das überbordend meinen, sondern dass sie das in ihrer Art, also in ihrem Gender tatsächlich so zum Ausdruck bringen wollen. Das ist nichts weiter als ein Ausdrucksverhalten. Und Männer haben davor Angst. Oder Männer scheuen sich davor. Oder Männer werden, wenn sie emotional werden und affektiv werden, dann doch sehr überschießend und möglicherweise gefährlich überschießend emotional und affektiv. Und das tun sie dann auch deswegen weniger. Das heißt, sie sind cooler und gelassener als Frauen. Das heißt, sie verwickeln sich möglicherweise auch nicht gleich in Dinge, die dann entstehen, sondern haben eher diese Mentalität, wenn ich salopp formuliere, von packen wir es an. Und auf der anderen Seite eben das eher vielleicht Weibliche, das Kontroverse. Wie gesagt, das bedeutet alles nicht, dass das auch Männer und Frauen tun, dass es also gleich ist. Und wir sind in der Geschlechtlichkeit trotz aller guten, ich betone aller guten Unterschiede in der Geschlechtlichkeit, letztendlich immer wieder sehr ähnlich, wenn nicht gleich sogar im Prinzip. Bei Männern geht es oft, und das macht vielleicht auch so eine Portion Gelassenheit aus, um Überblick und Orientierung. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was hat eine Priorität? Wo ist der Überblick? Wie orientiere ich mich? Und auf der anderen Seite das weibliche Caring, das Behüten, das Kindererziehen, das stark gebunden sein, jetzt gerade zu dem Kind, das ist eine starke Mütterlichkeit, die natürlich gebunden sein muss, braucht einen gewissen emotional-affektiven Nachdruck und damit eben auch eine Nichtgelassenheit, wenn es darauf ankommt. Denke an eine Löwenmutter, wenn wir jetzt einen kurzen Sprung ins Tierreich machen, die also ihre jungen Absolutverteidigung, nicht nur die, sondern eben auch andere. Und das tun männliche Kollegen oder männliche Familienmitglieder per se anders, in einer anderen Möglichkeit. Das Behüten ist im Weiblichen sehr stark. Und das Behüten bedeutet tatsächlich, dass es, wenn es darauf ankommt, auch sehr effektvoll sein muss, mit Nachdruck geschieht, mit Laut geben geschieht, mit emotionalem Laut geben geschieht. Und die Emotion ist etwas sehr Starkes. Der Affekt, dürfen wir nicht vergessen, ist etwas sehr, sehr Starkes an Energie. Und das haben dann Männer möglicherweise weniger. Und insofern mehr vielleicht auch eine oberflächliche Gelassenheit. Wie gesagt, diese Aussitzgelassenheit ist ja auch eine Möglichkeit. Und damit vielleicht eher so etwas Cooles, vielleicht sogar Kälteres, wobei der Begriff Kälter nicht unbedingt dann passt, aber eben cool. Und Frauen auf der anderen Seite starke Gefühlsthematiken haben und auch eher zum Weinen neigen oder zum meinetwegen Lamentieren und all das. Und wenn wir das auch in unterschiedlichen Kulturen betrachten und dadurch mehr Mitgefühl aufbringen, was Männer eher in einer gelassenen Distanz oft haben und damit sind. Und insofern kann man diese Frage sehr unterschiedlich beantworten. Sind Männer gelassener als Frauen? Das ist ganz sicherlich ein Unterschied. Und es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass gerade die Unterschiedlichkeit in, es sind ja nicht nur Geschlechterrollen, sondern in einer Geschlechtsbefindlichkeit da sein müssen. Sonst hätten wir gar kein Interesse aneinander. Sonst wären wir nicht an der Antipode jeweils interessiert, männlich oder weiblich. Sind Männer gelassener als Frauen? Eine interessante Frage, mit der man sich ja auch auseinandersetzen kann auf eine unterhaltsame Art und Weise. Das ist ja das, was ich hier auch immer wieder proklamiere. Die Dinge in dem Sinne unterhaltsam und nicht Bier ernst zu nehmen, sondern eben darüber sich im Klaren zu sein und darüber auch kommunizieren zu können.